Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, sind Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Inneren wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als Gemeinschaft fremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat die Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bayer-Dotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler, unterreich ausgerechnet Himmler, getreuste Betreu. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler, ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden. Ob sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rätschern ein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fazitbericht! Sie bleiben, Doktor, bitte. Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte Recht, Sie nicht in meine Pläne einzuweilen. Mein Führer? Ja, glauben Sie, deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greimler. Es wird ein böses Erwachen geben. Gönnitz mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangebewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Ich habe die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen.